herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft town mit dem mcpowernp aka ich bin wieder gestorben wieder kurz nachdem die aufnahme vorbei war denn ihr habt ja gesehen sie beiden endermans haben mich gejagt und was dann alle ausgemacht haben ich habe festgestellt dass ich den ganzen stack kupfer getroppt habe und nicht wieder eingesammelt diese schleimer runter was hast du eigentlich gemacht warst du fahren oder ja ich war auch waren ich war doch nur irgendwo und habe dann diese sowas hast du schon alles fünf koks blöcke aber unterhalt so rubberwood ich hatte noch nicht so groß viel irgendwas anderes ich war ja dabei essen und so was ich auch nur sowas zu fressen habe zu fressen hey das klingt einfach so behindert hier ist da ja wop wop das ist einfach den halben baum da stehen es merkt keiner und wenn es jemand merkt es war nicht ich ganz ruhig meine lieben jungs hier bin ich jetzt weiß ich wieder wo ich wohne das ist jetzt einfach mal du vergisst die wirklichkeit wo du wohnst wo wohnt denn mein haus nochmal vielleicht sind meine möhrchen ja auch schon gewachsen vor allem ist wir haben jetzt zwei folgen und zwei tode folgen das ist die dritte folge ja diese runde werde ich es schaffen nicht zu sterben wenn du gut bist schaffst du das gibt es eigentlich deathcounter nein gut da hast du Glück gehabt ansonsten wäre es wahrscheinlich schon auf Platz 1 wer weiß wie oft die anderen schon gestorben sind ja jetzt können wir als erstes mal so über die regeln und nochmal reden also das hier ist minecraft town wir wurden hier eingeladen zu dem projekt und so und ja das ist ftb unleashed glaube ich war das und ja das ist halt so statt die mega projekt eigentlich halt bloß mit dicks das in meiner hand sind koks blöcke wir sind zwar nicht queried stone aber für mich sind das koks blöcke das geht gar nicht klar hast du eigentlich schon ein Feld gemacht ja hab ich ach du hast ja schon Wasserzeug bei dir gehabt du musst ja nicht erst Eisen suchen hast du eigentlich ähm was wollte ich jetzt sagen na ich hab's vergessen ich bin wegen was hab ich ich wollte irgendwas sagen aber ich hab's vergessen hey da bist du ja hi dreh dich mal hoch ne ich hab kein Essen ich muss weiterlaufen hast du ne Eisen was hast du nur als Brustpanzer äh Stahl habe ich von diesem Angry Enderman da gekriegt von einem Stahl ja der hat mir äh wie voll war der Brustpanzer noch der hat mir noch ein äh Enchanted Blue mit Aqua Infinity gedroppt ein bisschen Weed Stone Gold und so jetzt habe ich hier nun ein Eisenblock ok Aqua Infinity ist naja nichts wert ja aber besser als nischt ne ja das ach so du wolltest Setztlinge haben das muss man sagen jetzt kannst du mal zu meinem Haus kommen wenn du hier Rapperboot wie ist das Setztlinge habe ich mir jetzt auch selber besorgen ach so ja ich lass mich besorgen Leute man kann ein Rubberboot das will ich machen was willst du machen ein Rubberboot ein Rubberboot das ist ja dann sozusagen ein Gummiboot ja Laufboot los wir fahren mit unserem Gummiboot ich glaube da gibt fast nur einer rein und vor allem wenn so eine Fettbacke ne ich mach dir auch noch eins ok ne mach äh lass das Rapper erstmal das ist wichtiger denk ich ich hab schon zwei Boote da baut sie erstmal Gummiboot anstatt sich immer etwas wichtiges zu können ich hab noch vier Sticking wie sie das hebe ich mir noch auf ja hätt ich auch mal ich hab nur zwölf Eisen vier Copper wir gehen gleich zusammenmine erst noch eine Folge Essen sammeln ich hab grad mir schon eigentlich ein bisschen gemeint ich will jetzt erstmal ein bisschen auf Scruff danach muss ich gucken dass ich ein Farmer FPS hab weil ich hab grad nur 16 FPS ich hab 30 Kill du Doop aber wir müssen natürlich auch bei den Schwächeren mitfühlen haha xK lol ähm mein PC wollte sich einfach gerade neu starten jetzt hab ich keine Lust mehr auf Minecraft ne ich weiß auch nicht was ich grad hatte also hm ja neustart ah jetzt ist die Tasche einfach verschwunden so geht das das war diese Tasche von den Angry Endermännern ja war ganz lustig lustig hat die dir irgendwas gebracht nö war dazu lustig so dann brate ich erstmal ein Steck Eisen obwohl was braucht man Electric Fernance braucht man vielleicht erstmal denkst du das jemand in der Tarnentable hm ich weiß nicht ob du den da auch benutzen darfst haben bestimmt aber ob du den benutzen darfst ist halt ne andere Frage ähm wo ist denn die Elektrik ach ich kann Elektrik nicht schreiben da liegt das Problem Elektrik Fernance Rotstein ach da braucht man ja noch Kupferkabel ah da braucht man erst mehr aber wir können schon mal Iron Fernance machen wir brauchen noch Redstone noch hab ich willst du was haben? kannst du ja kommen ne ich muss eh gleich selber noch meinen holst hier ne ich will die Blatt im Vorhinein geht euch nur noch 8 F7 Fs alter guckst du eigentlich auf die Zeit? äh ich dachte du guckst auf die Zeit ne ich schalt auf die Uhr noch 5 Minuten ok ne 5 Minuten ist zu wenig ich will länger Minecraft spielen dann schalt auf die Uhr und dann machen wir um 4 42 Schluss egal mach ich durch los wachse Getreide wachse jaaa aber jetzt wollte ich mit 2 Eisen mir ein Stick craften das ging nicht so gut was zu essen oh Eisen oh ich hab ja noch deine Briefbombe hab ich dir das gern gemacht einfach ich meine Briefbombe wachschmeißen ich denke es gibt Leute die hätten eine Enchantment Table und ich denke dieser lila Wisp lila Wisp waren die Bösen oder? ne das war die roten Wisp sind glaube ich allgemein böse ne ne es gibt keine der ist böse der ja lila war böse jetzt weißt du wer böse ist ich geh mal in den Neta Neta da stirbst du sowieso wieder genau tu ich nicht ich klop einfach mal bei jemanden an und schenke ihm ein Stück Kohle weißt du nicht was jetzt für den wir was zu kole du willst etwas Weed weißt du möchtest ich habe viele Weed haaaah ich wohn alle hier oh ja ich finde das auch sexy so in dem Design so wollte ich mir jetzt eigentlich auch bei uns und so ein äh ich meine ich meine Clean Stone und dieses Ding you know what i mean also müsste der bauer warte klopfen bei bauer an die mann zu haben dafür kann ich nicht ja ja das sagen wir alle das hat umgemacht und er war einfach da ja ja das soll ich jetzt glauben warte da fehlt noch eine fackel ja warte 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 ja ich warte ja schon so jetzt ist perfekt wie neu generator ich folge einfach mal dem bauer ich weiß was das wort bauer mag ja aber nein nicht schon wieder ich folge ihm doch nicht ich folge ihm doch nicht der wiss hat gesagt nein wenn er sagt nein dann ist es schon wieder so ein vieh ja das scheint blöd ok schnell vorbei vielleicht sieht es mich nicht ich glaube ich baue ich erst mal so meine maschinen was habe ich denen denn gekommen runter vom berg des zorns alles ist gut die revolution ist vorbei die deutsche revolution wenn du irgendwann mal ein ambos hast muss ich unbedingt dieses i'm the boss dieses weed also unbedingt muss ich das in cannabis umbenennen und dann schenke ich einfach den leuten cannabis und taschklebse wollen kann ab jetzt kaufen die staubzocker koppeln ich habe ich bin gut in italien und wenn man in italien die straßen geht und es auf einmal anfängt also rom meine eltern städtereise ich hasse sowas eigentlich aber muss man halt mit und dann fing es an zu regnen und von einer sekunde auf den anderen waren einfach so 20.000 regenschirmverkäufer da war richtig die stück heute wieder aufgehört hat plötzlich alle weg schein einziger mehr da was ich nur gedacht wurde hat er hier her so als ob es die kalonisation kommen würde mir die regenschirmverkäufer also ich finde mein grundstück toll ich habe ich bin gleich gut und meint auch das ist ja schon ich muss jetzt ein paar Sachen machen und zwar ja ein paar Dinge ist ich warte ich bin erst nach den Farben zu gehen ein paar geile Sachen bis lass mich in Ruhe geh weg heute nicht die weißen waren doch friedlich oder frag mich nicht ich kenne mich da nicht aus netztest netztest bist du freundlich bist du freund oder feind ja der scheint nett zu sein das ist nur ein schein dass ich nicht von dem schein trüben Tor ist nicht der Schombie der Schombie der Schombie der Schombie der Schombie war nicht freundlich der Schombie war unfreundlich der Schombie Daniel gehen wir dann nächste folge zusammen meinen wenn wir etwas fressen haben ja ich brage mir gerade noch schön essen wie darfst du schon essen? weil ich Style und das Geld haben ich habe gerade mal zwei Arme ich habe gerade mal zwei Arme ich habe gerade mal zwei Äpfel ne ich habe nur einen weißt ich spiele immer mit der einen Hand ja ja die andere brauchst du für andere Dinge ja ja du kennst was ich meine Leute wusstest du dass man diese Hüte auch ausschalten kann wie denn obwohl nein ich will meinen behalten du musst V drücken dann auf Personals und dann nein ich will meinen behalten hallo nein ich will meinen behalten ich nicht chill doch jetzt weiß weiß ich nicht mehr das ist ich habe schon mal einen ironischen für nazi nein okay mein Essen sind zweimal Gammelfleisch einmal Gammelfleisch kein Gammelfleisch 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 okay hast du schonmal Gammelfleisch gegessen? Gammelfleisch hast du schonmal gegessen? sag mal nein ich weiß nicht was das ist ach schade sag doch einfach ja ich habe Gammelfleisch gegessen ja ich habe Gammelfleisch gegessen was ist das? da schneide ich vor die Folge ich weiß nicht was das ist Gammelfleisch 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 was gibt es für ekelhafte Menschen auf dieser Welt? ja außer dir gibt es noch für ekelhafte Menschen ja du solltest mir proben ich weiß aber selbst nicht mal zu 100% ob das jetzt richtig ist was ich gesagt habe aber ich denke schon als ich danach gegoogelt habe war das das erste was gekommen ist Gammelfleisch 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 was ist das? Leul ich hatte ne Minionschar ow yes oh yes Jesus Christ oh kriegst du die Cue eigentlich nicht Leul, dir hat nur noch ein Herz Cue du darfst nicht sterben du musst durchhalten was macht die Cue? zusammen werden wir's schatten du musst durchhalten stärke dir durchhalten So, ich würd sagen, nein, wir haben noch Zeit, ich würd sagen, wir haben noch Zeit, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, ich brate noch ein bisschen Eisen, was esse ich da, Eisen ist besohnt, Okay, ich hab eine Blume, ich schenke jetzt jemand einfach eine Hose, du bist aber schön, ich hab grad eh nichts besseres zu tun, ein sozialer Mann, so war das früher, da gab's nur soziale Menschen, Fliegen, ich will auch fliegen können, dann baut ihr einen Jadpack, dann kann er auch fliegen, wieso können ja alle fliegen, alle können fliegen, außer, oh, Schleims geben Essen, oder, diese Schleimbälle kann man essen, Ich hab einen Generator, mit dem Essen kann man, ich hab in der dritten Folge einen Generator gebaut, ich hab keinen Redstone, kein Essen, und wird schon zweimal abgekratzt, wuhu, Ein hoher von unseren Rüstensparen Lol, was sind das für ein Grundstück hier, lol, das sieht ja lustig aus Du sagst ja irgendwie ziemlich oft, lol, kann das sein Lustig, nicht, lol Also hässlich einen kleinen Schleimball, oh, jetzt hat er mir einen Schleimball getroffen Das hässlich kleinen Schleimball Aua, lol, bin ich wieder bei zwei Herzen Wollt ihr mich verarschen? Ich könnte ja mal sagen, bevor du in die Höhle gehst, solltest du dir sowas wie eine Rüstensparen Fänd ich ne ganz gute Idee, glaub ich Ich hab nur Rüstensparen Ist auch nicht so gut, oder? Fast wohl Iron So, ist eigentlich nicht so schlecht Hey, 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 ihr sollt auf mich warten, da wartet doch nicht, meine Rose, da freu ich Oh, lol, wo gehen die denn hin? Nein, ne, da geh ich nicht mit Okay, ich bin jetzt wieder kurz vorm Abkratzen Entschuldigung, wie am Ende jeder Folge Wo bist du, kann ich dir helfen kommen, oder so? Ne, doch, ich seh dich Hallo Wo bist du? Ich bin auf der Brücke Achso, warte, ich helfe dir ein bisschen Ja, ja, ich bin unter der Brücke Loll, so fahr ich von rum, aus der Schleimminsel Ich komme dir helfen Ich komme dir helfen, okay, warte Lickst du, okay Warte, ich helfe dir I come and help you Okay, das hat sich jetzt nicht gemacht Nur vier Herzen, willst du ein bisschen was zu essen? Der Stahlsbrust meint, das sieht cool aus Warte, ich geb dir Ich hab drei Äpfel Ich geb dir noch ne Bagged Potato So Die führt relativ viele Herzen Oh, ja, ich kann mich wieder vollheilen Also, ich würde dann sagen Ihre Folge müsste dann auch langsam ihre Folge beenden Warte Dann beende ich sie diesmal auf deinem Grundstück Dann werde ich da sicher nicht sterben Obwohl hier schon ein Deathpoint ist Von den irgendwie anderen Hey, bist du da so schnell hingekommen? Ich bin über den Zaun Beklettert Okay, guck mal was ich hab Ich hab kein Style und kein Geld Aber guck mal was ich hab Ein Keller? Ein Generator Warte, warte, ich tu dir ein Holz Warte, ich krafte einen Holzblatt Den tu ich da rein Und dann beenden wir die Folge Boah, sozial So, jetzt hast du Ein Land ist kaum ein bisschen in der EU Also dann, Leute Bis zum nächsten Mal Und haut rein Tschau Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschau 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 Tschau